So kommen wir zur Auflösung des gestrigen Sonnenquiz. Die erste Frage die ich gestern gestellt habe war wie lange im Vorfeld sollt ihr euch am besten eincremen um für einen guten und optimalen Sonnenschutz zu sorgen. Die optimale Zeit sind 15 bis 20 Minuten mit dem Sonnenbaden nach dem Auftragen zu warten. Denn in der Sonnenpflege sind die Lichtschutzfaktoren und die müssen sich erst auf der Haut so verteilen, dass sie einen geschlossenen Mantel bilden. Das sind wie so kleine Pigmente oder Puzzleteile, die sich dann aneinander schieben und die Sonne reflektieren.